Musik Heute, wir wünschen vor Waldwasser mit dem Diamanten, ich glaube wir müssen hier töten. Ja Naja worry, ihr geht in unsere Höhle, ne, das strengste ist verbogen. Boah, wir haben eine viele geile Höhle. Naja, ihr könnt ruhig in unsere Höhle gehen, aber ich, äh, Wenn ihr, wenn ich euch erwische, dass ihr in unsere Höhle geht, werdet ihr hundertprozentig sterben. Ja, ja, ja. Wir dürfen reingehen, aber wenn wir erwischt werden, dann sind wir tot. Ja. Ey, Pasti, ich glaub, da bauen wir eine Diamantschwert und renn bei denen in die Höhle rein. Ja. Wir haben eine Diamantschwert und alles. Ja, Luca, die konzentrieren uns irgendwie nur aufs Farming, oder? Pasti. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen Holz farmen. Luca, komm mal kurz her, oder ich komm zu dir. Ist da ein Eingang? Wir haben keine Zeit mehr. Ach egal, ich mach mir einen. Ja, mach mal einen, genau. So. Warte mal. Alter, wir brauchen mehr Essen. Ja. Weil ihr in Essen essen wollt? Ja. In Essen, 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 in Essen. So. In Essen, in Essen, in Essen, in Essen. Und wieder ein paar Diamanten gefunden, ne? Und wieder? Ja. So, Luca, komm mal her. Na ja, wie schon wieder. Na ja, aber. Ich bin noch gerade hoch. Kommt raus aus dem Hochgeschäft. Ich bin schon der Pfing. Ich habe auch mal mit, ich bin die ganze Zeit, hier oben und was nicht. Ich habe ich abgebaut. Und dann bin ich geklaut. Ja. Aber es gibt es, jetzt gibt es zwei, 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 drei. Hä? Hä? Damit sie eben. Für diese Schiefen muss man die Inder in der Schnelleiste mit Gura auswerfen, ne? Na, na gut, mach mal kurz. Da, und das war noch jetzt, hast du verkehrt? So, hier. Äh, ja, aber waschen? Ja, hier unten ist jetzt ein Eingang, du, ne? Also, wenn ich mich hier dann für die Rollstabung, ne? Kann man auch eigentlich so machen, oder? Wollte immer mitkommen. So, ja, dann bringen wir richtig mit. Aber erst check ich meine Rohstoffe nochmal hoch, die ich jetzt hab grad. Oh, was soll ich machen? Das dauert ja ein bisschen, bis die erstmal alle in der Ruhe sind, nur dann können wir hier raus, ne? Aber noch nicht, ich würde sagen, auch nicht so was kroften, oder? Erst wenn wir beide was daraus krofen können. Wenn du, äh, doch Bock hast weiterzumachen, das wird. Ja, ich hab ja auch einen Blick drauf. Denken wir dann Ding ins. Ja, ich will doch. Ja, bloß kein Essen. Ja, ich auch noch. Dann geh nach Hessen. Und Essen essen. Ich hab noch, Alter, oder? Ja, ich hab... Das hier brauchen wir. Für etwas. Ich hab hier vor den Grundsflugmann-Tunnel gefunden, also gebaut. Und. Von, ne, ja. So, haben wir genug. Ja, wir haben genug. Luka, ich mach mal eine wertvolle Kiste, ne? Mach mal. Soll ich das direkt auf, äh, auf das Schiff platzieren? Äh... Da müssen wir nicht direkt, äh, umfragen, umfrachten, weißt du? Ja, kannst du ja nicht machen. Das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich mal sagen. Oh, Gold. Und alles kommt fast von mir. Wir bauen wir uns in der Oben auch. Fast alles hab ich gebaut. Wo war das hinmachen? Unterdeck oder überdeck? Unterdeck. Ja, Unterdeck. Okay, gut. Hier würde ich sagen, so. Ich mach jetzt, ich zieh jetzt gerade, äh, warte, ich zieh jetzt mal die Decke. Du? Ich hab ja noch gehört, du dich zu rakte, ab ich zurückkußen, weil es dann da hat, Turmhaus der Wanderkontor von Maluker kurz der Hochwert ist damit du die Kohlenkonten Bakt zu tun ist ja eine Lücke für die Wissung Holzstück hier er kommt oder eine Däge muss weg aus dem Kakaus ist und Pins und wenn fackeln ist das so fackeln ich habe fackeln ja ja dann leuchtet das restliche schiff aus und spornet diese schweiß ich ja drauf ja eigentlich ist das schon ziemlich gut aus ja obwohl hier aber ich baue hier noch willst du so ich ziehe jetzt hier ja luka hast du das hast du das symmetrisch gemacht mit den fackeln oder einfach irgendwie symmetrisch also du weißt du nur so ein bisschen alles wird er soll es noch später besser okay ich dachte mir blockunterschied ist auch jetzt sind ich will nicht werden über 13 nur 23 hätte was mir nicht getötet welchen ja gestorben ich auch schon höher jahre die schnauze meint ein Tor war er berechtigt meiner nicht habe ich gemacht das ist genau ja das ist so bei mir gemacht du hast mich einfach getötet ist aus keinem Grund ich verstehe das nicht diese verschwinden immer die ganzen Fackeln die ich platziere und zwar alle noch einmal deswegen meine Damen und Herren geht ihr auf die Realschule na gut ich auch deswegen bist du das ja na und ich kann es ja auch aber jetzt bin ich einfach mal da wieder schön Fritz na toll wo du bist so gut Luca oder soll ich hier in der Reihe wahrscheinlich noch ja da ist zwischen noch einer immer so rauf und runter weil dann kriegt man schnell die Rohstoffe ich weiß gar nicht weiter und rund soll ich wieder fahren gehen ja aber auch mal bitte äh warte mal kurz kannst mal äh hier noch eine Fackel platzieren ja ich hab verknüpft ja okay gut dann platzieren mal äh hier auf dieser Linie und dann müssen wir jetzt gleich nein da drüber mach ich eigentlich deswegen sollst du oben bleiben ich kann ihn verhocken weil ja das ist mein Karton so auf jeden Fall naja äh ich hatte kein Bock irgendwie zu bauen das das geht weil ja ja das geht wie soll die Kirchen hin jetzt geht um nicht äh die kommen unterdeckt das heißt ich war mal hier ich pass auf ich will komm mal kurz her ja wir werden jetzt einfach mal hier so eine Abtrennung machen so Raum weißt du hier kommen die Kisten dann hin ach so ja okay äh dahinter oder hier hier kommt der ganz normaler Boden hin okay oh hier kommt dann so eine Art Tür hin weißt du machen wir dann hier die Tür wahrscheinlich rein oder ja genau und der Eingang kommt dann halt auch noch woanders hin ne m hier und da hinten kommt dann irgendwer und hin hier blöde hinten werden wir dann irgendwas anderes rein machen dann kommt hier die Kisten hier wo es gerade ist also da jetzt oder hier auf dieser Seite hier auf der Hälfte ich hier ein bisschen überlegen gehabt man kann ja schon mal anfangen mit platzieren wollen wir hier äh direkt hier schon dran bauen oder einen Block freilassen äh das war ein Block frei okay nr und jetzt erst mal einen Eingang machen wir sind wo wir das nicht gerade bauen ähm wollen wir eine Truhe für Diamanten machen oder eine Truhe für alle werfeuersachen äh ne Diamantruhe oder einer die hier Platz nr na genau da mussten jetzt die aaa muh nr nr so ich war mal da ist noch mehr Kiefer bei dir ich würde gerade rausgehen ich hab ich gesehen ich war schon mal ein bisschen um äh ich dachte wir wollten das gerade bauen da machen wir jetzt nicht zweimal zweimal oder warte ich hole ich ja ich romm erst mal um dann hol ich dir und dann hol ich dir und dann hol ich dir oder soll ich jetzt erst mal hol ich wo ich bin ja dann hol ich hol ich hol ich okay gut äh hast du noch ne heile Axt? ja dann macht die es mal kaputt äh ich glaub wenn wir alles haben blöde haben wir noch Holz in der Truhe ähm warte wenn dann aber nur noch Spruce Wood ja ne wir brauchen Ork Wood ich finde das Schiff sieht schon ziemlich gut aus wenn wir das hinten jetzt noch schön beenden sieht das gut aus ja woraus wollen wir die Segel machen aus äh Wolle ja ne deswegen hab hier die Schafe schon äh weiter fortgepflanzt und so ach so fortgepflanzt ich hab mich mal hier auch bisschen hoch und Döth 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 Sie bekommen zu dauernd Döth der Wetter kommt es nun raus Steintrull können wir auch direkt machen wir müssen hier ein bisschen lang wenn wir schnell kommen bei Poli nervt der Erkrankung für mich aus dem Ziel ist meine Hose an ich schon ganze Tag naja man muss das nicht erläutert mit der Weile 52 Stunden durchgehend durchgehend die Blitzkrieg und wie viel Tage das ist zwei, 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 ein bisschen wir haben bei uns da habe ich gesagt 52 oder 54 Stunden ja okay stimmt auch nicht dass ich das scheiße gelabert habe gerade also am Ende was warum ist die so eine Holzsäule werbe Luca was warum ist die so eine Holzsäule im Wasser äh ja weil da ich musste irgendwie der Schiff aufs Wasser bringen am Grund gemacht mach mal für jedes Rohstoff eine einzelne Truhe also vereisentruhe und für goldene Truhe nein nein also wir machen bloß äh wir machen alles zusammen wenn es irgendwann zu viel wird in der Truhe dann haben wir extra Truhe aber sonst das wäre erstmal alles ganz gut in der Truhe weißt du man haben wir ganz viel Co also bringen wir das irgendwann ein extra so das ist gar keine Big X-Man ich brauche mal ein bisschen äh ein Holzlokon das wäre eine Truhe ja Leute kriegst du sofort